So, wir sind live hier aus unserem Baulig-Studio mit dem One and Only Nikita Udovichenko. Richtig? Ja, richtig. Jawoll. Auch bekannt, auch bekannt als Nikita Bra. Nikita Bra. Oder Nikita Bra auf Instagram. Ja, für alle, die ihn nicht kennen. Ja, wir benennen das hier schon mal ein. Du hast auch einen riesengroßen Social-Media-Kanal. Relativ. Wie viele Follower hast du? Ja, über 100.000. Über 100.000? Und was mich ein bisschen wundert ist, dass du eigentlich relativ wenige Bilder drin hast. Hast du früher mal mehr gepostet oder wo kommen die 100.000 Leute her? Ich habe vieles Privates gelöscht. Ja? Und ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Bock die ganze Zeit zu posten, aber das wird sich jetzt ändern. Das wird sich jetzt ändern? Ja. Willst du dir wieder auf Social Media ein bisschen Gas geben? Du würdest mich wohl dafür, dich zu zwingen? Ich weiß aber, ich kenne ja einige Leute aus der Fitness-Szene, die kennen dich alle. Kann sein. Also wenn ich mit jemandem hier in Deutschland geredet habe, so. Ich bin der Mann im Hintergrund. Du bist der Mann im Hintergrund, der sie alle stark gemacht hat. Nikita ist Fitness-Coach, nicht nur irgendein Fitness-Coach, sondern du hast sehr, sehr viele Champions auch hervorgebracht. Ein deutscher Meister im Bodybuilding. Letztes Jahr hatte ich drei Kunden, die haben nacheinander so deutsche Meisterschaft, französische Meisterschaft, isländische Meisterschaft, russische Meisterschaft. Das heißt, ich hatte jetzt im letzten Jahr eine Saison, ja da habe ich praktisch nur Meister gemacht. Es gab keinen Kunden, der den zweiten Platz gemacht hat, allererster Platz. Du bist quasi sowas wie Baulig für Fitness, im internationalen Bereich, weil du machst das, du hast ja deine Kunden überall auf dem Planeten. Ja. Auch alles online, schon bevor wir uns kennengelernt haben. Ja. Ja, wie bist du dazu gekommen? Von Anfang an? Ja. Ich mache das schon lange, schon während der Schulzeit praktisch, also mein Freund aus der Schulzeit, der war Sportler und der hatte Fragen, der wusste, dass ich auch trainiere, der wusste, dass ich mich da eingelesen habe und der hat um Hilfe gebeten und so ging es los. Also ich habe meinen Freunden geholfen umsonst praktisch und dann haben immer mehr Leute gefragt, boah, hilf mir mal und so habe ich angefangen. Warst du damals schon so in der Form wie jetzt? Noch besser. Noch besser? Ja klar, jetzt ist alles casual. Damals war ich noch, ich halte mich fit, ich halte mich gesund, aber ich mache jetzt nicht mehr die Gewichte, die ich damals gemacht habe. Ich mache jetzt alles nachhaltig, alles piano. Ich fokussiere mich mehr auf meine Kunden als auf mich, ich halte mich fit, aber ich. Also es ist eigentlich zufällig passiert, du warst einfach gut am Trainieren, hast eine gute Form gehabt und andere sind dann zu dir gekommen und haben dich gefragt, hey, wie machst du das? Ja, auch die wussten, dass ich Bescheid weiß. Die wussten, dass ich das Wissen dafür habe. Also ich habe mich sehr früh mit Biochemie beschäftigt, ich habe mich eingelesen und die wussten, okay, wenn ich Hilfe brauche, gehe ich zu Nikita und so ging es los. Dann habe ich irgendwann mal im Internet gepostet, ja, wer braucht denn Hilfe und dann habe ich das angeboten dann auch für Geld. Und ich weiß noch, dass am ersten Tag direkt kamen schon irgendwie 15 Leute an. Okay, also ganz einfach gedacht, komm, wenn ich einem helfen kann, dann kann ich mehreren Leuten helfen. Und das war auch so, dass der Freund, dem ich geholfen habe, der hatte vorher einen Coach und dieser Kollege, der hat absolut die krasseste Genetik, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich nicht mehr von dieser Welt und der hat den letzten Platz gemacht. Und da habe ich zudem auch gesagt, wie kann das denn sein, hier, der Trainer, den du hast, der erzählt dir irgendeinen Bullshit. Das kann doch nicht sein, dass jemand mit der besten Genetik, die ich je gesehen habe, den letzten Platz macht. Dann habe ich den übernommen, ich habe ihm gesagt, ja, ich mache dir das umsonst, vertraue mir einfach, zieh einfach durch und dann machen wir das schon. So, und dann sechs Monate später, genau beim selben Contest, hat er den ersten Platz geholt. Geil. Ja, und die Transfer kann man noch sehen. Ja, wir können das auch gerne hier einblenden, mal auch nicht nur ihn, sondern auch andere Transformationen, so. Ein paar Fotos hier parallel, während ich diese wunderschönen Sätze sage. Deine, deine. Deine Transformation. Meine Transformation packen wir auch noch da rein. Irgendwann, wenn ich die vollendet habe. Ja, für alle Leute, die gerade das hier als Podcast hören, wir veröffentlichen das Ganze auch auf YouTube. Da könnt ihr das Ganze auch sehen, alternativ, wie gesagt, Nicky Bra auf Instagram, einfach mal schauen. Vorher, das postet ja viele Vorher-Nachher-Bilder immer in deiner Story, ne? Story, ja. Von den, von den, von den eigentlichen Champions. Also hast du losgelegt, eigentlich ähnlich, wie das auch bei uns der Fall gewesen ist. Ich meine, wir haben ja früher Studenten-Coachings gegeben, dann haben uns Unternehmer gefragt, hey, wie kann es sein, dass hier Online-Kunden gewinnt, ne? In dem B2C-Markt und ich kriege das jetzt im B2B-Markt nicht hin. Und sind ja auch da reingerutscht und so bist du ja auch reingerutscht. Warum hast du das Ganze online gemacht? Ja, es ist schwer, jemand, jemanden zu trainieren, der, was weiß ich, der in den Staaten ist, offline. Weil ich habe nämlich gepostet, ich hatte immer schon große Kanäle, ja. Es hat schon bei Schilhoff-HZ angefangen, ja, dass ich einen mega großen Account hatte mit vielen Visitors. Und als ich gepostet habe, ja, wer braucht Hilfe, ich biete jetzt Coaching an, das war 2008 oder so, kamen direkt 15 Leute und da kamen auch Leute aus anderen Ländern. Das heißt, ich hatte immer schon ein Following eher, das war international, ja, also ich hatte nicht immer Leute, die mir gefollowt haben, die nur aus Deutschland sind. Ja. Sondern wirklich durch den ganzen Gemüsegarten, bedeutet, geht ja nicht anders dann, muss ich ja alles online machen. Du weißt ja, wie ich das mache und so war das am Anfang überhaupt nicht. Das hat sich ja erst gesteigert alles, ich musste erst alles optimieren, ich musste Fehler machen, musste die Fehler beheben und so weiter und so fort. Ja, für alle, die gerade zuschauen, das Spannende an Nikitas Coaching, ich bin selber auch Kunde bei ihm und auch Abend ist mittlerweile Kunde bei dir geworden. Halb Baulig ist schon. Yannick ist auch Kunde. Yannick, seine Freundin. Alle, 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 irgendwann auch vielleicht der Andreas. Andreas fehlt. Andreas fehlt. Genau. Wir sind alle Kunde bei ihm, wenn das Spannende bei Nikita ist, dass du halt wirklich sagst, hey, das hat einfach nur mit Zahlen zu tun. Analyse. Analyse, ja. Ich analysiere alles. Es gibt ein Worksheet, also was heißt Worksheet, eine Tabelle, eine Analyse-Tabelle, wo man seine Daten entsprechend einträgt und du misst ja diverse Sachen, Makros und so weiter und so fort. Alles, was geht. Das Training, alles, was man so reinschickt, auch von Essen bis Blutdruck über wie du dich fühlst, Messungen, alles, was ich brauche, um jemanden erfolgreich zu machen, kann ich dort. Alles bis zum allerletzten Detail analysieren und weiterplanen. Bei deinen Champions machst du es auch nicht anders und für dich selbst auch nicht, ne? Und jemand, der 200 Kilo wiegt und auf 80 Kilo runter will oder jemand zum Beispiel wie meine Kunden, die jetzt Champion geworden sind, die haben denselben Prozess hinter sich. Also natürlich, der Weg war anders und die Planung war anders, ist ja alles individuell angepasst. Aber das Prinzip, wo ich jeden erfolgreich machen kann, ist immer gleich. Das wird noch optimiert, immer weiter und weiter. Das heißt, du hast genau dieselbe Arbeitsmethode wie der deutsche Meister im Bodybuilding zum Beispiel. Du machst genau dasselbe. Ja, nur mein V-Seps ist noch nicht ganz so, aber es kommt langsam. Kommt! Es kommt. Kommt. Also für jeden, der sich gefragt hat, warum ich so breit geworden bin in meinen letzten Videos. Ich sehe jedes Mal neue Bilder, irgendwelche, Boah, Bizeps kommt oder irgendwelche, Boah, Bizeps kommt. Ja, genau. Ich bin der Mann im Hintergrund. Ich lese mir das durch. Und du freust dich, eigentlich ist das dein Bizeps. Ja. Genau, das Spannende ist, du trackst alles und dann guckst dir eigentlich nur die Zahlen an und sagst, hier, das ist das Problem, das und das musst du ändern. Oder du siehst, hey, hier ist irgendwie so ein Wert höher und sagst dann, das musst du weglassen bei der Ernährung, hiervon ein bisschen mehr und so weiter und so fort, ne? Genau, ich gucke mir die Ist-Situation an. Und du stierst da so nach, du hast ja bei Nikita Gunkiewicz auch, Nikita ist ja auch Kunde bei uns. Also Nikita Gunkiewicz von Freedom Business Mentoring, unserem Side-Business. Raoul war auch. Raoul auch. Ich weiß ja noch, wo wir, wir haben uns das erste Mal ja in Bodrum getroffen. Genau. Und ja, da sind alle Kunden geworden da vor einem Jahr praktisch. Also da bin ich, du, Nikita, Raoul, Martha und alle. Alle, die da waren. Alle, die da waren. Außer Andreas. Also ich habe Urlaub gemacht mit Andreas und Raoul und den Marthas, wir waren in Bodrum. Und dann bist du dazu gestoßen im Lujo Hotel und haben dann da abends geredet. War meine Empfehlung, Lujo. Ja, war sogar dein, du hast es zu Raoul empfohlen, wir waren dort und haben uns dann kennengelernt. Wie war so dein erster Eindruck von uns? Ja, das ist natürlich eine sehr spezielle Geschichte. Du kennst auch noch nicht alle Facetten zu. Und zwar, ich war extrem sauer auf den Markus. Echt? Am Anfang. So zwei Stunden. Ist das die Geschichte, die du mir noch erzählst? Ja, boah. Ich wollte hier vor der Cam das erste Mal erzählen, wenn ich deine Reaktion sehen wollte. Ich dachte, boah Markus, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, sowas. Echt? Ja, weißt du, warum, weißt du, das erste Mal, das erste, was du mir gesagt hast, weißt du noch? Nein. Also nicht das erste, aber so das erste, was mir im Kopf hängen geblieben ist. Du meinst, ja, was machst du? Ich sag so, ja, hier, Coaching, bla bla bla. Du so, ja, zeig mir mal deine Seite. Ich zeig dir so die Seite. Du gehst rum, oh, nicht schlecht, krass. So, das will ich auch. So. Und dann sagst du ja, wie teuer? Sag ich ja, so und so viel. Dann sag ich, ey, das ist mir zu cheap. Ich so, what the fuck? Was meinst du zu cheap? Boah, ich war so sauer. Mit Zweck ist es mir kochen ein bisschen. Das habe ich gesagt, das ist mir zu cheap. So sauer. Ja, und dann? Machst du sauer auf mich, weil ich gesagt, dein Angebot ist zu günstig. Ja, war ich sauer. So, aber dann. Warum? Da muss ich mich bei dir bedanken, dass du so direkt zu mir warst. Weißt du, was ich meine? Ich bin nach Hause, ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren im Auto, ne? Weil mein Haus dort ist von... Echt, du hast aber nicht so gewirkt, als wärst du sauer auf mich in dem Moment. Weißt du? Ja, ich musste da, ich habe mit allen da geredet. Ich weiß noch, wir haben über Wasser geredet. Welche Wasser sollte man trinken? Weißt du noch? Ja, ja, genau. Da waren erstmal alle geflasht. So, das heißt, ich konnte mich darum nicht mehr kümmern. Aber als ich nach Hause gefahren bin, mein Haus, wo ich da wohne, ist zwei Kilometer von da. Ich weiß noch, ich fahre im Auto, im Wald. Kann ja nicht sein, dass er sowas gesagt hat. Aber, da muss ich mich für bedanken, dass du so direkt warst, weil sonst wäre es nicht angekommen. Weil zwei Stunden später dachte ich, ey, das ergibt Sinn. Und das kann ja nicht sein, dass mein Ego das so ablockt. Wie lange hast du diese Preise gehabt? Ich bin ja immer noch eigentlich zu günstig. Ja, eigentlich schon. Aber wie lange hattest du? Ich habe angefangen mit 50 Euro im Monat. 50 Euro. Das Schlimmste war ja, du hast mir den Preis genannt. Oder habe ich gesagt, ist das ein monatliches Abonnement? Und du sagst, nee, das musst du Monat für Monat bauen. Ja, auch noch dazu. Da habe ich auch noch zu dir gesagt, das ist doch total bescheuert. Ja. Da musst du ja jeden Monat wieder neu bezahlen, das ist ja voll nervig. Warum machst du nicht einfach ein Abonnement daraus, dass man einfach jederzeit noch kündigen kann? Das ist das Problem bei echten Experten, weißt du, was ich meine? Ich bin im ganz anderen Universum, also ich kenne mich ein bisschen aus, ja, aber ich operiere im ganz anderen Universum. Ja. Ja, meine Gedanken sind ganz woanders, als zu gucken, ja, hier Lead-Optimierung, bla bla bla. Jetzt, du willst mich ja in dieses Universum reinholen, du bringst mich ja da rein und es macht jedes Mal Klick, aber davor, das kommt gar nicht in meinen Gedanken vor, also zumindest damals. Ich kümmere mich da nicht drum, also damals zumindest, deswegen war das wie so, ja, Ego hat abgeblockt. Ja, ja, das habe ich gemerkt. Aber dann nach zwei Stunden zum Glück, weil, wie gesagt, wir haben ja später, als wir uns kennengelernt haben, boah, wieder eine Parallele, wieder eine Parallele, wir sind uns in voll vielen Sachen ähnlich und dann, als ich nach Hause gekommen bin, ich gucke erst mal, Markus Baulig, wer ist das? Weißt du, neuer Kunde, wer ist das? Weißt du, und dann denke ich mir, ey, kann ja nicht sein. Ich habe aber auch nichts umgesetzt von dem Programm, weil es zu günstig war, beim ersten Versuch, weißt du noch? Beim ersten Versuch, ja. Habe ich wirklich einfach. Aber du warst der Erste trotzdem, du hast dich direkt am nächsten Tag, das, was ich gesagt habe, Markus, mach bitte das, 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 du warst der Erste, du hast direkt am nächsten Morgen, hast du mir die Sachen geschickt. Ja. Das war ich noch, da habe ich, da habe ich auch noch zusätzlich gedacht, ja, okay, der ist ein Worker, der weiß, der zieht durch. Ja. Das heißt, da war schon dieses, da war ich schon nicht mehr sauer, aber auch vor allem, weil ich mir selber gedacht habe, okay, ich kann ja jetzt nicht so heuchlerisch sein und sagen, ja, okay, ich bin jetzt ja auch jung und wenn jetzt ein Älterer zu mir kommt und ich dem was sage, was stimmt und ich sage dem, du darfst das nicht, du musst das machen. Und der sagt, ja Nikita, du bist zu jung, ich höre nicht auf dich, bin ich ja genau in dieser Position. Ja. Wie du. Du bist 28, hast du eben. Ja, gerade geworden, ja. Das heißt, da bin ich ja genau in der Position, in der du bist. Ja. Ich erwarte von dem, dass der meine Meinung akzeptiert und das umsetzt und wenn du mir das sagst und ich dann sage, nee, was willst du mir erzählen, ist ja, habe ich direkt verstanden. Ich bin zu Hause angekommen und gesagt, ey, was der gesagt hat, das ergibt absolut Sinn. Das ergibt absolut Sinn. Habe ich direkt alles umgeändert und dazu muss man auch sagen, du hast es umsonst gemacht. Ja, du hättest auch sagen können, ja, okay, so schön machst du das. Sollte ich was sagen, ich wusste an dem Tag, ich habe das auch zu Raoul gesagt, kannst du ihn fragen, ich habe zu ihm gesagt, denn Nikita wird irgendwann noch Kunde werden bei uns. Ich wusste das. Weil ich, ich, ich habe ja so, ich habe schon sehr. Ich bin voll mit den Besten zusammenarbeitet. Ja, das sowieso, das sowieso und dass du einer der Besten bist, das ist ja, steht außer Frage in dem Bereich. Also die Ergebnisse zeigen es ja. Aber ich habe schon so oft gesehen, wie du selber gesagt hast, Ego war das, was ich im ersten Moment so. Zum Glück nur zwei Stunden, bei den meisten dauert es ja sechs Monate, zwölf Monate, vielleicht ein ganzes Leben lang. Ja, ja, genau, richtig. Aber ich habe gesehen, es ist, ich habe so gesehen, das ist, das Ego ist da, was plockt gerade ab, aber ich weiß, irgendwann ist es weg, irgendwann passiert irgendwas über die Zeit hinweg, wenn man die Sachen konsumiert. Ich meine, du bist, wir haben ja dann uns gegenseitig auch gefolgt bei Instagram und dann hast du ja auch monatelang quasi gesehen, was wir so machen, wie wir das machen. Und bist dann von selber auf mich zugekommen und letztlich ja auch Kunde geworden. Ja, weil, da waren so viele Mindsets bei mir falsch, vor allem ja, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, als ich, ich habe, wir haben ja diese Diskussion am Anfang, du hast gesagt, ja, das ist zu cheap und ich habe dir gesagt, wie kann das denn zu cheap sein, wenn jemand zu einem Fitnessstudio geht und zehn Euro im Monat bezahlt? Wie soll der sich 50 Euro leisten? Aber das ist ja absolut, jetzt verstehe ich, wie dumm das ist, weil, ja, tausend Gründe und die kennt jeder, muss ich jetzt nicht ausführen, weil das ist so hyper egoistisch, weil selbst wenn ich sage, ja, ich mache es nicht wegen Geld, sondern ich mache es nur, damit der 200 Kilo Typ dann 80 Kilo wiegt und der 50 Kilo Typ 80 Kilo wiegt und dann auf einmal ein Sixpack bekommt, dafür mache ich das ja. Im Endeffekt hat sich ja daran nichts geändert, aber der Impact, ja, ich mache mehr Umsatz und kann noch mehr, kann noch mehr Leuten helfen, ja, das heißt, wenn ich sage, ja, ich mache es nicht wegen Geld, deswegen will ich nicht mehr verdienen, heißt ja auch automatisch, ich will weniger Leuten helfen, weniger Mehrwert bringen oder nicht? Und damals war es so, nee, ich mache es, ich mache es nicht höher, weil, du hast ja gesagt, du machst es halt schon immer so und die Leute, die können sich das auch nicht leisten, kann sich dann ja niemand leisten, aber das stimmt ja eigentlich überhaupt nicht. Und zusätzlich kommt, wenn man der Beste ist, muss man auch das Beste verdienen, da muss man am meisten verdienen. Kann ja nicht sein, dass jemand, der nur 5% vom Wissen hat, zweimal so viel verdient, das sehe ich ja selber nicht ein, das ist ja, wo ist das Prestige, wo ist der Status? Das ist ja, egal wie gut das Produkt ist, wenn du das Produkt nicht richtig vermarkten kannst oder verkaufen kannst, bringt es nichts, das beste Produkt bringt nichts, auch wenn du sagst, das Produkt hätte es verdient. Weil unsere Coachings sind absurd gut, egal welches Programm du reinkommst, es gibt sieben Live-Calls in der Woche, muss man sich mal reinziehen, dass man sie mal die Woche mit einem Experten sprechen kann oder sich Feedback einholen kann. Und natürlich hat es das auch verdient, gut vermarktet und gut verkauft zu werden, aber das ist das, was die meisten halt nicht so richtig beachten und was auch bei dir so am Anfang, sag ich mal, so viel, so ein bisschen Misskonzeptions im Kopf gewesen sind, weißt du? Absolut. Was ist dann passiert, als du ins Training reingekommen bist, weil das ist auch nicht so lange her eigentlich, sondern es ist, glaube ich, wie lange ist das her? Mai, war das? Mai. Frisch. Mai, Juni, Juli, ja, Anfang Mai, glaube ich. Ja, so Mitte Mai sogar. Mitte sogar? Ja. Was ist seitdem passiert bei dir? Du bist ja, du bist im Geschäftsführertraining, für alle Leute, die jetzt zuschauen, Geschäftsführertraining hast du gebucht, weil du eben nicht im klassischen Hochpreissegment so unterwegs bist, wie das unsere Kunden sind. Ich meine, der Dienstleistung kostet jetzt ein paar hundert Dollar oder Euro, ich weiß gar nicht. Bei mir? Ja, Dollar. Ein Monat? Euro. Euro sind es. 200. Ja, 200 Euro gerade aktuell im Monat, ja, kann man noch erhöhen, aber es ist in dem Sinne nicht dieses klassische 2000 Euro Coaching, wie das unsere Kunden sonst so machen, aber du gehst auch ein bisschen mehr auf Masse, ja. Also hast du viele, viele Kunden gleichzeitig betreut, was auch in Ordnung ist, sag ich mal, von dem Geschäftsmodell, wie du das machst gerade. Man muss ja dazu sagen, ich bin der absolut fair, weil das ist nicht für jeden, weil das ist für Macher, weil es gibt Leute, es ist Fakt, es gibt Leute, ist zwar ein kleiner Teil, aber die haben dann genauso wie ich damals eine Misconception im Business, haben die eine Misconception im Fitness, dass die sagen, okay, ich kriege jetzt eine Wunderpille verschrieben und muss nichts machen. Das heißt, die Leute kriegen dann keinen Vertrag für ein Jahr und dann sind die da und dann haben die keinen Bock zu, ich habe da ja auch selber keinen Bock zu, mit solchen Leuten zu arbeiten. Ja. Ja, das heißt, nach einem Monat reicht schon aus, dass die Leute sehen, aha, ich bleibe noch den zweiten, dritten, vierten, fünften, zwölften, vierundzwanzigsten, weil die sehen, das ist so ein krasser Mehrwert, da will ich nicht mehr ohne. Ja, die sind dann exposed. Ja. Ja. Die sind dann verdorben. Ja. Die wollen dann. Die wollen dann nicht mehr anders. Ja. Was hast du geändert, seit du jetzt im Geschäftsordentraining beigetreten bist? Die Prozesse absolut krass optimiert. Das Produkt ist noch viel besser geworden, das heißt, ich arbeite effizienter. Wir sitzen ja an einem Sonntag, damals wäre das unvorstellbar gewesen, dass ich jetzt hier sitze, unvorstellbar. Warum? Bis Mai hatte ich jahrelang 100 Stunden, Wochen, das war auch kein Problem. Meine Energy ist alles in Ordnung, da waren auch Jim dazu, Freunde, aber 100 Stunden saß ich an meinem Coaching dran, an meinen Klienten. Ich musste erst mal checken, wie das Ganze optimiert wird. Das Gute war, dass du ja in meinem Coaching schon bist seit einem Jahr und du weißt ja, wie das läuft. Das heißt, ich wusste automatisch, ich wusste ja eh, dass du ein geiler Typ bist. Und ich wusste, was noch ein zusätzlicher ... Bro-Mance. Danke. Und ich wusste ja, okay, der Markus weiß, wie es läuft, der weiß auch, was ich zu optimieren habe. Also wenn es jemand weiß, es ist Markus, der weiß ganz genau. Ja. Das heißt, direkt ab Mai hat sich so viel geändert und jetzt sitze ich hier, das wäre unvorstellbar gewesen, Wochen Mai. Wir haben jetzt Sonntag heute, du hast am Sonntag immer, warum konntest du, was hättest du jetzt sonst gerade in diesem Moment gemacht? Analysiert alles, analysiert ohne Ende, zahlen, das mache ich ja immer noch, aber die Prozesse laufen so gut jetzt, dass ich das einfach viel schneller machen kann. Ja, also das ist unglaublich. Ja, aber also in unserem Geschäftsführertraining geht es vor allem darum zu gucken, hey, du legst los mit dem Training, schaust mal so, wo ist meine Wertschöpfungskette, was ist mein Angebot, was ist für die Kunden so super entscheidend. Wie kann ich das so systematisieren, dass es einfach schneller von der Hand geht, wie du auch selber sagst, das hast du jetzt wahrscheinlich mit IT-Möglichkeiten gemacht oder Mitarbeitern. Mitarbeiter, das ganze Prozess mit den Skripten, also wirklich alles. Hattest du vorher schon mal Mitarbeiter? Freelancer, die haben mir aber bei anderen, auch Mitarbeiter, aber die haben mir bei ganz anderen Sachen geholfen, wie zum Beispiel Coding und kleine Bürokratie und sowas. Solche Sachen, die nicht direkt mit den Kunden zu tun haben, jetzt habe ich Mitarbeiter, die ordnen alles, die bereiten alles für mich vor, also lästige Arbeit in Anführungsstrichen. Jetzt kann ich noch mehr auf die Kunden eingehen, noch besser alles machen. Es ist jetzt so, wie eigentlich so eine Arztpraxis, weißt du, wo die Rezeptionistin oder die Arzthelferin alles vorbereitet. Ich muss nur noch den Final Touch machen und ich kann mich auf diesen Touch noch mehr fokussieren. Das heißt, ich kann noch bessere Ergebnisse liefern als vorher. Weil du musst dir vorstellen, bei 100 Stunden die Woche, die letzten 10, 15 Stunden, also der letzte Tag, dann sagen wir Sonntag, man muss schon durchziehen. Also es ist nicht mehr einfach. Da muss man echt nochmal an die frische Luft gehen, dann setzt man sich an den PC und ballert weiter. Jetzt kann ich viel mehr da die Akzente setzen, da wo sie nötig sind, um noch bessere Erfolge zu setzen. Der Umsatz hat sich auch vergrößert. Der war vorher schon gut, reicht auf jeden Fall für diverse Luxusuhren und du hast alles. Weil du musst dir das so vorstellen, ich habe im Mai, Mitte Mai, habe ich das erste Mal überhaupt vom Facebook Pixel gehört. Was ist das? What the fuck? Das war das Beste, ja. Oder so Kleinigkeiten, wo du gesagt hast. Also Nikita, das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da draußen sind Leute, die labern vor Online-Marketing, Facebook und so weiter und so fort. Und dass man das alles braucht, um Geld zu verdienen, vor allem so Coaching-Infoprodukte. Hier der Kollege, der macht Coaching im Online-Marketing seit 2008, ne, hast du gesagt? Seit 2008, also zwölf Jahren. Und hatte nicht mal, nicht mal ist ein Facebook Pixel auf seiner Webseite. Aber guck mal, ich denke persönlich, woran das liegt. Ein echter Experte, der ist in seinem Universum da, wo der Experte ist. Ist einfach so. Ich bin so beschäftigt mit Chemie, Biologie, Hormonen, Ernährung, Gesundheit. Ja. Ich denke mir, ich will immer in dieselbe Wunde hauen. Immer an die Stelle, in dieselbe Kerbe hauen. Ja. Ja. Das ist aber auch krass. Wie soll ich mich jetzt in Facebook Pixel einlesen? Du sagst mir, ja, was sagt ein Pixel? Ich so, was? Was für Pixel? Wer ist dieser Pixel? Was für Pixel? Was will dieser Pixel von mir? Das war noch vor einem Monat. Ja, er hatte nicht mal ein Pixel. Gar nichts. Du verstehst nicht mal, wie lustig das ist, weil du das gar nicht so mit Einblick hast. Markus? Das war, als würdest du sagen, hey. Die ganze Zeit, der dachte, was? Das ist so, als würde, wie, das ist für dich genauso lustig, wie wenn ich sage, hey, einen Fitness-Tracker zu benutzen, das ist für mich anstrengend. Das ist so, ja. Das ist ja das Geile. Du hast keine Ahnung davon. Wie Fitness funktioniert, ich helfe. Ich habe keine Ahnung davon, wie eigentlich Online-Coaching funktionieren, du hilfst mir da. Ja. Das ist ja die geile Sache. Dafür, dass du keine Ahnung hast, läuft es schon ziemlich gut bei dir. Ja, das ist ja das Graz. Du dachtest, so als du die Zahlen gesehen hast, wie funktioniert das? Wie hast du das ohne die ganze Zeit gemacht? Ja, ja, genau. Und ich so, ja, ich wurde empfohlen, keine Ahnung. Das ist schon richtig geil. Also, ich war sauer auf dich, zwei Stunden. Zwei Stunden war er sauer. Und ich habe mir, ich habe mir, und ich habe noch so überlegt, ob das alles stimmt, was du so gesagt hast. Weil, weil du eben so gewirkt hast, das hättest du echt keine Ahnung von Marketing und Vertrieb, aber trotzdem halt, ne? Ne. Habe ich noch so zu Raoul gesagt, hm? Meinst du, das stimmt alles, was er so erzählt, aber tatsächlich, das stimmte. Das ist einfach nur ein weiteres Phänomen, die seine Kita hier. Ja, aber ist doch gut. Ja, supergeil. Supergeil. Ich war froh, dass wir uns kennengelernt haben, also auf Shoutout an Raoul, dass er die Connection auch gemacht hat, war auf jeden Fall geil. Hat auch dafür gesorgt, dass mein Sixpack langsam kommt. Das ist auch eine Folge. Man weiß nie, was sich ergibt aus so einem einfachen Treffen. Ich meine, du bist auch viel auf der Welt unterwegs gewesen, ne? Hast wahrscheinlich schon häufiger erlebt, irgendeine Connection gemacht, die irgendwas krass ist. Alleine im Lujo, da, wo ich das erste Mal da war. Eigentlich hätt ich ja schon im Lujo checken müssen, was abgeht, ja? Weil Lujo ist eins der teuersten Hotels in der Türkei. Ja, ne? Ich komm hin, das teuerste Hotel in der Türkei, wo das, was ich dem Raoul empfohlen habe, ich war vorher da, Raoul meinte, ey, das sieht ja echt nice aus. Plus, halt, man muss dazu sagen. Ich komm hin, seh die ganzen Uhren, ja, Andreas und ich, wir hatten dieselbe Uhren an dem Abend, ich sagst du, ja Andreas, coole Uhr. Welche Uhr war das? AP, AP 15400 mit dem weißen Ziffernblatt, ja. So, ja, coole Uhr. So, da sitzen Leute, die, ne, schon, man sieht, dass die irgendwas, müssen ja irgendwas drauf haben. Und, und, wir sind mit Raoul da. Hallo, und, die sind mit Raoul da. Trotzdem höre ich nicht zu und bin sauer. So ist die menschliche Psyche, ja, das ist Abwehrmechanismus, so nach dem Motto. Ja, es ist. Ja, stell dir vor, ein Zwölfjähriger kommt zu dir auf der Straße und sagt, ja. Ja, was ist das für eine Uhr? Zieh mal aus, so, das ist billig. Das ist Abwehrmechanismus, was soll der mir denn erzählen? Vielleicht hat der ja recht, du kannst es nicht wissen. Ja, ja. Aber es ist ein Abwehrmechanismus, es ist einfach so. Ich war noch schlau genug, ja, nach eineinhalb Stunden ist das verflogen. Und dann dachte ich, ja, das ergibt Sinn, so, ne. Das ergibt Sinn, fertig. Ja. Nice, nice. Was hast du, du hast vorher, war das für dich schwer, so den ersten Mitarbeiter reinzuholen, jetzt eigentlich? Mal was abzugeben, was jetzt zum Coaching selber gehört, weil häufig gibt es ja diesen Einwand, ja, meine Kunden wollen, dass ich das alles mache, weißt du? Das haben wir auch im Lujo besprochen. Da habe ich auch gesagt, nein, nur ich kann das. Und du hast gesagt, ey, da hat er schon gar keinen Bock mehr mit mir zu reden, ne. Ja, da war, ja. Aber nachdem, nachdem du mir alles erklärt hast, dachte ich, ey, wann kommt der nächste Mitarbeiter? Ja, dann dachte ich, ergibt alles Sinn. Also extremes Level up, extrem. Es geht nicht mehr darum, wie du selber, also wie man selber sagt, es geht nicht mehr darum, dass man sich komplett rausnimmt, im ersten Moment schon gar nicht, ja. Also jetzt zum Beispiel unser Coaching bei Baulig Consulting, unser Coaching Team ist top, ja. Du siehst ja selber, wenn du eine Frage hast, das ist sofort geklärt, gibt direkt Feedback. Und man muss halt seine Fähigkeiten, die man selber hat, übertragen auf diverse andere Leute, die dann jeweils Experten sind für ein Gebiet. Und alle zusammen haben natürlich dann dieselbe Expertise vielleicht wie man selbst, ja. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwann mit drei, vier Mitarbeitern noch im Coaching hast, können die das alle zusammen genauso gut oder besser sogar als du selber. Weil die sich darauf fokussieren dann. Genau. Ja. Weil die den ganzen Tag nichts anderes machen. Die haben einfach voll den Fokus auf eine Sache. Eben. Ja, wenn man selber sonntags nach Koblenz fährt, wenn man da schon was leckeres essen geht. Unglaublich. Vor eineinhalb Monaten hätte ich gesagt, ey, das geht nicht. Kann ich nicht machen. Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt so viel Freizeit hat? Ich muss mir neue Hobbys suchen. Ich habe schon genug, aber ich habe zu viel Zeit. Nein, also es ist gut. Es ergibt Sinn. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht arbeite, ich muss heute genauso was machen, aber es war schon hart. Ja, 100 Stunden, Woche, Jahre hinweg. Es ist hart, aber da schließt es mir auch zu. Mit der Liste, wo wir die Liste gemacht haben und ich gesagt habe, ich sitze hier bis nachts. Ja. Du hast gesagt, ja, das habe ich auch gemacht. Da muss jeder durch, durch diese 100 Wochen. Ja, genau. Jeder muss mal fühlen, wie ist es, bis ans Limit zu gehen. Ja. Da muss jeder mal durch. Ja. Weil ohne diese 100 Stunden Wochen wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Weil ich habe da auch XP gesammelt. Ich habe da jeden Kunden von 0 bis 100, alles. Ich war die ganze Art Praxis. Für alle Nicht-Rollenspiel-Zuschauer, Zuhörer, Experts, Erfahrung. Experience. Experience, ja. Das heißt, ich war die ganze Art Praxis. Von Rezeption bis zu der Oma, die dann nochmal schön Tab gegeben hat, schönen Tag. Alles habe ich gemacht. Muss man ja auch machen. Du hast ja auch wahrscheinlich jede Rolle mal hier gespielt. Ja, ja, klar. Ja, so muss das ja auch sein. Ja. Ich habe auch in einem anderen Podcast mal drüber geredet. Man muss auch immer überlegen, an welchem Punkt bin ich gerade in meinem Business? Ja, wie weit bin ich gerade, wenn du gerade am Anfang stehst, kannst du nicht sagen, ich bin jetzt Geschäftsführer, ich mache gar nichts. Ich mache nur noch strategisch. Sondern wenn du keine Mitarbeiter hast und keinen Vertrieb hast, der läuft, dann musst du Vertriebler werden. Ja, das stimmt. Weil du keine Leads hast, dann musst du die Rolle des Marketer haben. Und wenn du am Anfang stehst, muss vielleicht alle Rollen gleichzeitig sein, wenn du alleine bist. Ja, und man darf es schon nicht zu schade sein. Genauso diese Sache mit dem, ich habe das auch gemacht, das ist nicht mal, nichtmals ein, ich glaube, so zwölf Monate her oder so, wo es gibt so ein, es gibt, wir haben ein extrem krasses Empfehlungssystem bei Baulig Consulting, was hervorragend funktioniert. Und du baust das quasi gerade für dich selber nach und da muss man halt einmal sehr, sehr viele Daten erfassen, das ist super anstrengend, super, das ist eine richtig harte Fleißarbeit. Habe ich aber auch selber gemacht. Ich habe auch da gesessen und das stundenlang so ganz stumpf gemacht, weil man muss das halt einfach machen als in dieser Position. Und man muss einfach mal da durch und auch die ekelhaften Aufgaben durchziehen. Ich vergleiche das immer mit einem Baby, weil für andere klingt das wie lästige Arbeit oder, weißt du, was ich meine? Aber das ist dein Baby, du musst da die Windeln wechseln, das fühlt sich nicht an wie Arbeit, sondern du machst, weil du es liebst, weißt du, was ich meine? Geiler Vergleich. Das ist ja so, oder nicht? Ja, das ist ein guter Vergleich. Haltet es sich wie Arbeit angefühlt, wenn du da zehn Stunden, du bist hier rausgegangen nach zwölf Stunden und hast gesagt, geiler Tag, ich habe viel geschafft, oder nicht? Ja klar, das ist auf jeden Fall. Wenn du im Office sitzt und für jemanden arbeitest, dann nach zwölf Stunden gehst du raus und ... ... ne? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber ... Kommt drauf an, wo du arbeitest. Ja, kommt drauf an. Zum Beispiel der Marc, der gerade die Kamera hält, der liebt es. Das ist ja was ganz anderes hier. Ja, klar. Ich rede jetzt hier von diesem klassischen. Ja, ja, genau. Das klassische Konzept. Ich habe ja selber früher gearbeitet im Konzern, ich weiß ganz genau, was du meinst, wie man sich danach fühlt, wenn man sich morgens fühlt, wenn man hinfährt und keine Lust drauf hat und ich denke da, hast du mal normal gearbeitet? Was war das eigentlich? Irgendwo? In einem mittelständischen Unternehmen oder so? Im Unternehmen nicht, aber Nachhilfe habe ich gegeben, Mathe, Mathematik und Physik. Im Labor habe ich gearbeitet, also Edelmetallanalyse. Aber nie so das Klassische, also klassisch ... Ja, deine Lebensgeschichte ist sowieso total verrückt. Wenn man das hier so hört, schon seit zwölf Jahren ... ... nur online unterwegs, die ganze Welt schon ... ... also große Teile der Welt schon gesehen. Haben wir auch eben darüber gesprochen. Mega, mega, mega geil. Was ist so das größte Learning, was du jetzt ... ... Zuschauern, die oder Zuhörern, die jetzt hier gerade dabei sind ... ... so mitgeben würdest, aus deiner ... ... aus deiner Perspektive? Zu welchem Thema? Zu dem, was du bei uns im Programm gelernt hast. Oder einfach über ... ... seit du uns kennst ... ... so mitgeben kannst. Man muss auf Experten einfach hören, ja. Die einfach viel mehr Erfahrung haben. Da spielt keine Rolle, wie alt ist jemand? Wie ... ... sieht er aus? Wie ist seine Stimme? Was hat er für Haare? Was hat er an? Spielt keine Rolle eigentlich. Man muss Ego ablegen ... ... und man muss zuhören. Das ist wirklich hyperwichtig, weil ... ... diese Geschichte ... ... ich meine ... ... ich bin ja in derselben Position wie du ja auch. So, ne? Ich kann ja nicht ... ... von anderen verlangen ... ... okay, hört mir zu ... ... und die sagen dann, ja, nee, kein Bock. Du bist mir zu jung oder so. Das heißt, man ... ... man muss das Ego ablegen können. Das ist extrem wichtig, weil ... ... das kann viele Türen zumachen. Stell dir vor, ich wäre nicht zwei Stunden sauer. Ich hätte gesagt, ... ... nee. Keinen Bock dazu zuhören. Der hat nicht recht. Und jetzt guck, ... ... dann wäre ich jetzt wahrscheinlich ... ... nicht zehn Stunden, sondern ... ... 16 Stunden am Tag immer noch am Sitzen, weil ... ... ne, ich gesagt hätte, nee, das ... ... sehe ich nicht ein. Das ist wichtig. Du hättest einfach, wenn du es heute ... ... den ganzen Tag beschäftigst. Ja. Gibt ja auch Leute, in meinem Fall, ... ... die kommen zu mir an und sagen, ja, ... ... ich sage denen, okay, mach XYZ ... ... und die sagen mir, nee, ... ... keinen Bock auf XYZ, ... ... was klar warst du da? Hm. Ich habe mein Buch gelesen, ... ... das muss so und so und so sein. Ja, und dann, ja, bei YouTube habe ich ... ... geguckt, der und der hat gesagt, ... ... ich muss jetzt hier ... ... Rosmarinkartoffeln um 7.45 Uhr essen, ... ... ja, sonst kann ich nicht abnehmen. Ja. Ja. Ne? Und dann sagt er, nee, gefällt mir nicht. Und dann kommt der in 6 Monaten wieder ... ... und sagt, ja, ich habe jetzt wieder 30 Kilo ... ... zugenommen. Weil der nicht zugehört hat. Ja, weil der sein Ego nicht ablegen konnte. Also das ist extrem wichtig, ... ... weil das kann Türen einfach ... ... man, ... ... man verliert viel Zeit auch. Man verliert ... ... stell dir vor, ich hätte jetzt ... ... diese Mindsets, die ich jetzt habe ... ... vor einem Jahr. Ja. Ja, genau. Wie viel Zeit habe ich verloren? Ja. Ja. Das ist krank. Du kannst wortwörtlich vergleichen, ... ... weil das, die Sachen, ... ... das waren ja auch Sachen, ... ... die ich zu dir gesagt habe. Ich meine natürlich auch ... ... unser Coaching ist noch mal ... ... wesentlich intensiver. Es wird ja immer besser, ... ... es wird immer intensiver ... ... und so weiter und so fort. Aber ... ... du hast jetzt praktisch dann ... ... monatelang, ... ... wie du selber sagst, ... ... 100 Stunden die Woche gearbeitet ... ... und hättest es früher gemacht ... ... und ich habe ja auch noch ... ... ich habe ja noch ... ... bis zum Mai, ... ... ich habe ja auch schon ... ... im Monat vorher gesagt, ... ... komm, mach das doch jetzt, ... ... du hast jetzt gerade auch Zeit, ... ... weil ... ... Quarantäne und so weiter ... ... gewesen ist, ... ... hättest es auch da ... ... schon umsetzen können im Prinzip ... ... und hättest einfach einen Monat ... ... mehr Zeit gehabt, ... ... auch für alle möglichen ... ... privaten Sachen. Aber was mich richtig schockiert hatte ... ... damals, ... ... was mich richtig schockiert hatte, ... ... war, ... ... du machst ja auch immer so ... ... richtig epische Posts ... ... in deiner Kundengruppe, ... ... wo du so richtig geil reinhaust ... ... hier ... ... zum Beispiel ... ... hier mit der ... ... Krise, die jetzt gerade war ... ... Thema Corona ... ... hast du eine epische Posts ... ... so gemacht, ... ... du hast epische Posts gemacht, ... ... über Bücher, ... ... die man lesen sollte, ... ... die dich beeinflusst haben. Ich habe mir das alles auch reingezogen, ... ... ne, ... ... ich lese das immer sehr, sehr gerne, ... ... was du da verfasst, ... ... so Exposés sind das praktisch, ... ... ne, ... ... wie Essays Exposés. So Essays zu bestimmten Themen ... ... oder welches Wasser sollte man trinken, ... ... wo wir auch drüber geredet haben, ... ... so Geschichten halt. Richtig, richtig interessanter ... ... Stuff und da war aber auch irgendeins dabei, ... ... wo du so deinen ... ... Zeit-Schedule irgendwie mal reingepost hast ... ... und der hat mich geschockt, ... ... weil du da wirklich so ... ... diesen ganzen Tag geblockt hattest ... ... zum Arbeiten, ... ... diesen anderen Tag komplett ... ... geblockt hattest zum Arbeiten ... ... und es hat alles ... ... zwar systematisiert gewesen, ... ... aber ich dachte, ... ... eigentlich kann man das auch ... ... viel effizienter machen, ... ... so dass du eigentlich gar nicht ... ... arbeiten musst groß. Weil du eben, ... ... weil ich weiß es selber wie es ist, ... ... wenn du mit dabei hast, ... ... brauchst du keine ... ... operativen Aufgaben mehr zu machen, ... ... sondern du bist, ... ... du kannst in der Lage sein, ... ... wenn du, ... ... also ich habe auch Termine, ... ... ja zum Beispiel dieses Video jetzt hier, ... ... ist ja auch ein Termin, ... ... den ich auch freiwillig ... ... mache, ... ... weil ich den gerne machen will, ... ... weil du bist ja auch hier ... ... und ich wollte sowieso mit dir was ... ... aufnehmen, ... ... aber das kann ich wenigstens steuern, ... ... ob ich das jetzt um 14 Uhr mache ... ... oder um den Samstag, ... ... weil wir hatten ja auch ... ... ein bisschen geguckt, ... ... wenige Termine, ... ... das ist auch, ... ... passt für uns beide ... ... sehr, sehr gut, ... ... dass, ... ... das so bei dir so ... ... fixiert war, ... ... Sonntags ist mein Tag, ... ... wo ich jetzt das machen muss, ... ... verstehst du? Das hat mich so, ... ... da wollte ich dir raushelfen, ... ... als ich das gesehen habe, ... ... und da habe ich mich auch ... ... die ganze Zeit wieder genervt. Mein Follow-up ist übrigens, ... ... was sagst du zu meinem Follow-up, ... ... meinem Nachpassen? Was meinst du? Wie ich immer wieder ... ... auf dich zugekommen bin und gesagt habe, ... ... komm, wie sieht es aus, ... ... kommt doch mal in unser Programm. Wie hast du das denn pumpen? Weil viele sagen, ... ... sie haben Angst ... ... zu nerven. Verstehst du, was ich meine? Das ... ... weil ich habe dich mehr als einmal gefragt, ... ... so, ... ... wenn du jetzt mal drüber nachdenkst. Oft? Ja, aber ... ... das war richtig so. Weil sonst hätte ich da vielleicht ... ... gesagt, ja ... ... ich wollte ja so oder so mitmachen, ... ... ich wusste ja von Anfang an, ... ... dass ich ... ... in guten Händen bin. Vielleicht nicht die ersten zwei Stunden, ... ... aber danach wusste ich, ey, ... ... der Typ, der hat es drauf, ... ... der weiße von der Rede. Das wusste ich ja direkt danach, ... ... als ich angekommen bin, wusste ich, ... ... das ergibt Sinn. Und ... ... ja. Ich musste ja mit niemand anderen hier reden, ... ... ich musste ja nur mit dir reden. Du hast gesagt, komm, ... ... und ich war dabei. Nur ich habe dann gesagt, ja, ... ... hier ist jetzt Corona-Krise, ... ... keine Ahnung, was bei mir abgeht, ... ... alles ist so turbulent, ... ... Flugzeuge fliegen nicht. Ich bin mit dem letzten Flieger aus Russland ... ... in die Türkei geflogen, ... ... keine Ahnung, was jetzt abgeht und so weiter ... ... und hättest du nicht genervt, ... ... wäre ich jetzt wahrscheinlich ... ... vielleicht erst Mitte Juni Kunde geworden ... ... und ... ... diese Zeit ... ... habe ich dann jetzt gespart. Das ist jetzt noch ein Punkt, ... ... den ich gerade hier einfach rausarbeiten will ... ... in diesem Video, ... ... slash Podcast. Und zwar, wenn ihr wisst, ... ... euer Angebot hilft so. Ja. Und ihr seht es immer wieder. Ich wusste es schon an dem Tag, ... ... als wir uns in Bodrum kennengelernt haben, ... ... dass es sinnvoll ist für dich ... ... einfach mal diese Sachen hier reinzuziehen, ... ... die wir produzieren und sie ... ... selbst wenn du sie nur zum Teil umsetzt, ... ... würdest du halt weniger arbeiten. Ja. Ich wusste das einfach, ... ... dann ist es deine Pflicht als ... ... Verkäufer oder als Unternehmer einfach ... ... Follow-up zu betreiben ... ... und die Personen noch mal hier sagen, ... ... hier, wie sieht es aus? Lass uns jetzt loslegen, ... ... es sind auch keine komplizierten Messages, ... ... sondern es war immer wieder ... ... waren so am Schreiben und hab ich gesagt, ... ... dann hast du mir von einem Problem erzählt, ... ... hab ich gesagt, mach doch einfach so und so, ... ... wann buchst du denn endlich mal ... ... unser Programm, ... ... weil das hilft dir. Und dann wieder, ... ... dann irgendwann wieder einen Monat später ... ... was geschrieben und dann ... ... wie sieht es aus, ... ... wann kommst du denn mal ... Ich habe das absolut nicht ... ... als nervig empfunden. Genau. Das stimmt überhaupt nicht. Also das ... ... wir waren ja so oder so viel in Kontakt. Ja. Das war so, ja, ... ... wann, wann, wann ... ... ich habe das nicht als nervig. Genau, aber genau das ist das, ... ... was ich jetzt herausarbeiten will, ... ... dass andere Menschen ... ... das nicht als nervig sehen. Ne. Ja, weil die viele, ... ... viele da draußen, ... ... die jetzt so ein YouTube-Video schauen, ... ... die trauen sich das gar nicht zu machen, ... ... weil sie denken, es würde nerven, ... ... aber eigentlich hast du nur gemerkt, ... ... hey, ich bin wirklich daran interessiert, ... ... dass du das hinbekommst. So. Dass du das geil machst. Und das ist das, ... ... was ihr auch machen könnt ... ... mit euren Kunden. Das gilt auch genauso ... ... im Fitnessbereich, ... ... wenn du jemanden hast, ... ... du hast wahrscheinlich auch Leute gehabt, ... ... die mit dir geschrieben haben, ... ... sich ja nicht direkt entschieden haben, ... ... dabei zu kommen. Und dann hast du, ... ... dann haben sie dir später noch mal geschrieben ... ... und hast gesagt, hey, wie sieht es jetzt aus ... ... bei dir, ja. Und dann war das einen Monat später ... ... und auf einmal sagen sie, ja okay, ... ... das ist kein Nerven, ... ... das ist einfach deine Aufgabe als Unternehmer ... ... sozusagen, wenn du weißt, ... ... ich kann helfen, ... ... dann ist es deine Pflicht, ... ... deine Dienstleistung auch anzubieten, ... ... immer wieder anzubieten. Es kostet nichts, ja. Im Endeffekt werden die noch dankbar sein. Ich bin ja dankbar, ... ... die Leute, ... ... wenn ich Follow-up betreibe ... ... mit Leuten, die sagen, ja, ... ... ich will jetzt abnehmen, ... ... aber jetzt ist Corona, ... ... mein Fitnessstudio ist zu ... ... und ich kann jetzt nicht trainieren, ... ... ist kein Grund nicht anzufangen. Ja. Und wenn man dann dann sagt, ey, ... ... du kannst anfangen ... ... und du wirst auch direkt Erfolge sehen, ... ... direkt ab Woche eins, ... ... das ist nicht nervend, ... ... du willst ihm helfen. Das empfindet im Endeffekt ... ... auch niemand dann als Nerven. Außer, ... ... man übertreibt es irgendwie, ... ... und geht in irgendwelche extremen Situationen. Ja. Aber wenn du jemanden fragst, ja, ... ... ich will dir helfen, ... ... du kriegst einen Mehrwert, ... ... du wirst mir dankbar sein, ... ... das ist nicht nerven. Ja. Das ist auch das krasse, ... ... weil man sieht ja, ... ... wirklich teilweise Leute, ... ... die sind ... ... einen Monat, zwei Monate bei dir, ... ... allein Nikita Gunkevic ... ... unser gemeinsamer ... ... Kiew ist unsicher jetzt bei dem. Genau. Wie der sich in drei Monaten ... ... da ... ... transformiert hat, ... ... ist schon richtig verrückt. Also, sehr geil. Vielen Dank ... ... schon mal Nikita, ... ... dass du dir die Zeit genommen hast, ... ... nach Koblenz vorbeizukommen ... ... und ... ... für dieses Video ... ... und auch ... ... so allgemein ... ... vielen Dank auch für deine Arbeit. Gerne, danke dir. Sag ich mal, ... ... beim Abend und bei mir ... ... und den anderen hier ... ... sehr, sehr geil ... ... anschlägt. Wie kann ich denn jetzt ... ... dich finden, ... ... wenn ich jetzt sage, ... ... hey, warte, finde ich geil, ... ... ich würde auch gerne von dir ... ... irgendwie gecoacht werden ... ... und einfach meine Informationen sammeln, ... ... wo findet man dich? Instagram at nikibra ... ... oder meine Homepage ... ... nikibra.com oder ... ... www.nikita.fit. Das sind so die Kanäle, ... ... wo ich eigentlich relativ schnell antworte, ... ... innerhalb von zwölf Stunden ... ... ist die Antwort da. Ja. Einfach schaut euch das Ganze an, ... ... einfach auf seine Webseite gehen ... ... oder auf Instagram ... ... und wenn du jemand bist, ... ... der selber vielleicht schon ... ... eine Reichweite hat ... ... zu irgendeinem ... ... bestimmten Thema, ... ... eine Expertise hat ... ... oder selber Coach ist, ... ... Berater, Trainer ... ... oder du einfach ein Unternehmen hast, ... ... ein Geschäftsführer bist, ... ... Mitarbeiter hast ... ... und einfach schauen möchtest, ... ... hey, wie kann ich mein Geschäft ... ... noch mehr systematisieren, ... ... noch bessere Prozesse einführen, ... ... wie das zum Beispiel auch ... ... Nikita gemacht hat. Dann geh auf www.andreasbaulig.de. Wir haben unterschiedliche Programme, ... ... in denen wir dir helfen können, ... ... eben voranzukommen ... ... mit deinem Business, ... ... deinem Geschäft. Einfach www.andreasbaulig.de. Schau dir das Ganze an, ... ... Nikita hat das Ganze auch gemacht ... ... und tausende andere Menschen, ... ... denen wir in der Vergangenheit ... ... helfen konnten. Wir haben auch super viele Bewertungen, ... ... kannst du alles durchlesen ... ... und anschauen. Sind alles reale Menschen, ... ... wenn du dir einfach mal den Namen ... ... dann googelst und anschaust, ... ... was die so machen, ... ... dann wirst du das sehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns in einer weiteren ... ... Folge und mach's gut. Bis dann. Danke Nikita, ... ... dass du da gewesen bist. Danke, bis bald. Mein Name ist Maxim Beugert ... ... und ich mache Fußballcoaching. Meine Ausgangssituation ist folgende. Ich habe so quasi ... ... das Business jetzt seit einem Jahr ... ... und möchte jetzt so quasi ... ... auf das nächste Level kommen ... ... und skalieren, ... ... Umsätze steigern, ... ... Mitarbeiter einstellen ... ... und et cetera, et cetera. Mein bester Monatsumsatz, ... ... ich habe ja mehrere Unternehmen, ... ... lag bei 50k. Ah ja, meine Key-Learnings waren, ... ... dass ich mir selber auf dem Wege stehe ... ... und einfach den Wald vor lauter Bäumen ... ... nicht sehe und nicht immer verstanden habe, ... ... dass es eigentlich sehr, sehr einfach ist ... ... und es einfach im Großen und Ganzen ... ... um die Umsetzung geht, ... ... einfach etwas zu tun und anzugehen ... ... und ja, ... ... dass ich diese Blockade dann halt irgendwie ... ... auch so ein bisschen losgeworden bin. Es ist halt wie so eine kleine Familie. Ich kenne die Jungs jetzt auch ... ... alle schon natürlich ziemlich lange ... ... und ja, ... ... man fühlt sich halt wie unter Freunden ... ... und es wird auch halt, ... ... weil ich auch andere Coaching-Programme kenne, ... ... es wird halt wirklich sich gekümmert ... ... und das finde ich cool. Wie hat sich mein Leben verändert? Ich bin auf jeden Fall vom Mindset expandiert. Also ich habe halt früher gedacht, ... ... so quasi, ... ... dass ich schon viele Sachen gut mache ... ... und hier wurde mir erst mal aufgezeigt, ... ... was eigentlich noch alles drin ist ... ... und was noch alles möglich ist.